Wir wissen, wie es ist, immer im Brennpunkt zu stehen und die eigene Gesundheit zu riskieren. Und das rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr. Und das bei steigender Gewalt und fehlendem Respekt uns gegenüber. Und das bei der höchsten Wochenarbeitszeit in Deutschland. Und das bei mangelnder Fürsorge nach einem Dienstunfall. Deshalb brauchen wir konsequente Verurteilung bei Straftaten gegen uns. Eine deutliche Reduzierung der Arbeitszeit, vor allem im Schichtdienst. Planbare Zeit mit der Familie und Freunden. Dienstunfallfürsorge, die diesen Namen verdient. Eine höhere Krankheitskostenübernahme durch den Dienstherrn. Schatz? Ich bin verletzt. Was? Ich muss ins Krankenhaus. Ich komme nicht nach Hause. Wir kämpfen für euch. Für uns. Ich bin verletzt. Ich bin verletzt. Untertitelung des ZDF, 2020